Harry Potter Aufstehen! Steh auf! Steh auf! Aufwachen, Cousin! Wir fahren in den Zoo! Da kommt ja unser Bewusstsein, King! Herzlichen Glückwunsch, mein Sohn! Du machst jetzt mal Frühstück, aber dass du mir nichts abbrennen lässt! Ja, Tante Petunia! Ich will doch, dass alles perfekt ist, wenn mein kleines Pärchen seinen ganz besonderen Tag hat! Nun mach schon! Bring dir meinen Kaffee, Junge! Ja, gewonnen! Sind die nicht wunderbar, Schätzchen? Wie viele sollen das sein? 36! Ich hab sie selbst gezählt! 36? Aber letztes Jahr! Letztes Jahr warst du eins mehr! Ja, ja, ja! Aber einige sind viel größer als letztes Jahr! Ich bin mir egal, wie groß sie sind! Nein, nein, nein! Ich sag dir, was wir machen! Wir fahren los und kaufen dir noch zwei Geschenke! Was sagst du, Spätzchen? Ich warne dich nur einmal, Junge! Keine von deinen Albernheiten! Halt dich zurück! Sonst bekommst du eine Woche nichts zu essen! Jetzt steig rein! Sonst bekommst du eine Woche nichts zu essen! aber es geht mir einfach schneller an unserem Tag! なく verzweißen, wennındüruch vordfluss, P udahlos zu viel curriculum. Es�� mich auf dem Evan Iff Brooke назиться! Wirush am genauer Ohr. Wir suchen unsere Auto- die Mहrev nach Potenzialien. Das war dein Problem ist möglich! Warum? Mein spannend ist, wenn wir jetzt begann unfair Simone das und werfen! Ich bin just zu mir jer! Dassel uns gef² matches mit in die Pyth undgorrufe! ?